hallo zusammen das immer wieder bei rennenland from the ashes so wo ist mein controller es geht weiter mit der namenlosen wieso ist es jetzt wieder öffentlich ich bin offline oder ich habe das immer eine ganze stunde aber wir machen mal weiter wir bei speicherstand wird überprüft und es geht dann weil da wo man aufhört dann denke ich die schmiede des eisen stark und robust schwer zu glauben dass es früher in fabriken verarbeitet wurde aha was wir sind doch 68 naja wir haben ja da draußen auf die mütze bekommen ganz schön heftig oder sind wir jetzt wieder jetzt wieder auf der station sieht so aus warum sind wir jetzt nicht am portal rauskommt so waren wir ja so müssen wir bilden mit der mechanik noch bisschen vertraut mal das ist natürlich so hier hier sind wir richtig was die uhr eingang zur u-bahn finden was sagt die uhr knapp 25 vor 10 am morgen nämlich auch haben wir uns so eigentlich umgeschaut richtig ich denke und gleich die waffen in die position bringe munition haben wir auch nicht wie viele wo können wir eigentlich aufsteigen oder sowas haben wir irgendwelche punkte erreicht 0 eigenschaftspunkte nächster level 10 nahkampfschatensbonus 10 prozent das ist doch eine gute idee gewesen mit dem nahkämpfer wieder naja hier waren wir haben da bisschen was aufgeklaugt und uns umgeschaut gelesen haben wir auch tagebuch müssen wir uns oder das journal müssen wir uns noch mal vornehmen müssen wir die notizemacher schreibe ich mal auf so jetzt aber wenn du mit der mit der heilpaste in der bau und da habe ich schon gedrückt habe ich weiß jetzt da kann ist das alles jetzt zufalls generieren kommen die gegner wieder wenn man wieder und jetzt nix also so wie im dark soul dass die respawner schleiche auch gleich zu wichtig wow naja da scheiße mit sekundär munition wow mit schleiche ist schon mal nix das druck ist nur dass man irgendwo durchkommt da denke ich mal die rolle die beschuldung ächzend so es war mal irgendwo war der der große der schnelle mit behäblich der schnelle da muss dann auch irgendwo da die verrosteten fähig warte 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 was ich her was da ist er ne ach du scheiße die teleportieren ach komm freunde wo wo ist denn da auch noch jetzt wo da ist im rücken da ist er ach du scheiße jetzt warte mal jetzt machen wir das mal mit dem linken bauen so ja das braucht die dreiviertel stunden bis er das genommen hat deswegen ist es nicht gegangen ach du scheiße freunde was nehme ich ihn jetzt welche knarre die da ja aimle 20 oh 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 und die waffe der euch steckt das darfst nicht ja das verfall das mit dem datum habe ich ja nicht ganz verstanden 1968 beziehungsweise 69 in einer parallelwelt vielleicht oder so wäre möglich es gibt da jetzt glaube ich wenn ich recht weiß vier Welten ich weiß aber nicht mehr wie es ist ähnlich heißt Rom aber mit H und das hauen wir einfach mal kurz ab fliehen können wir ja schwere Schritte wie ein Tank vielleicht sollte man doch die Kopfbedickung aufziehen ich bin namenlose Likör des Entkommens aha 10 Rüstung ne kann ich nicht schauen sieht zwar scheiße aus aber was soll ich denn machen du bist da du bist da ist eigentlich nicht es ist Tag es ist etwa morgen die Saat hat überall ihre Spur hin die Saat das ist da vorne ne der da 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 ist er links zwischen den Bäumen oder hinter dem Baum sind zwei, drei Stück und das mit dem Riffsbäumen aus dem Boot raus das gefällt mir gar nicht das hat mich schon tun drei achtung scheiße und der hat achtung schon wieder aber wir haben getroffen weg weg waffenhämmer ne das ist falsch hör auf du schmack weiter waffen wechseln nachlade im Sprung nachlade im Lauf warum löscht der jetzt nicht irgendwelche warte mal laut noch ein bisschen was ach du scheiße ja kommt noch ein nach lumi was lumi du rät schon ich denke als das wäre irgendeine geisterstimme das bischö tu das ist los mit da wenn du den Hund noch einmal hältst wenn wir es alle weil uiuiuiui lad nach jetzt haben wir aber auch nicht mehr so viel munition wenn wir waffen wechseln nachlade geht nicht gut wo liegt da oder was sekundär munition da hinten leuchtet da leuchtet einiges ich möchte jetzt aber nicht nochmal in irgendeine hinterhält ich eine falle tappe zwei gefalle in dem sinne ich habe es ja gesehen hier halbmetall dörferne laden so vom design und level design hat es ein bisschen was von da gesagt das finde ich das das ausweichens aha moment 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 das gucken wir uns an ich hoffe dass wir da jetzt auch im pause modus sind schrotflinte ring des ausweichens haben wir denn ausgerüstet wir können zwei ringe nehmen und eine halskette oder eine medaille dranbleiben und bewegen wenn du sie nicht triffst die ausweich chance ist leicht verbessert dann treffen sie dich und tote plünderer kann keiner gebrauchen du scheiße ich kann praktisch ah ok wenn ich das dick mit berät geht es so zurück ok ich traue mich gar nicht jetzt mal einen schluck tee zu trinken das ist unheimlich wenn wir noch stromen nacht beleuchtet ist noch die heruntergekommene stadt ich weiß es nicht was soll man hier jetzt was sagt die karte muss sie mir da so aha kann man da zoomen oder was da vorne erscheint das ist ja nicht weitergegangen das ist praktisch wie soll es da der rückschritt oder wie hat das geschehen wir gehen jetzt erstmal da rein steht denn hier laundry 24 stunden ok geht nicht überall das ist doch kein achso wir haben ja das ist doch immer das ist doch immer ehrlich vor muss ich erstmal rauskriegen wo kann man hin wo kann man nicht hin kann man so einen hydron zerpillern oder nein nutzt der sich nicht ab da haben wir nutzen sich die waffe ab geht es tief oder nicht tief alle solche fragen die ich noch nicht beantwortet habe aha was ist das das sieht aus wie ein gullideckel und ein eingang ach so auf der karte leuchtet das ja ok probieren wir es mal oder das ist ein dungeon bluten verursacht schaden über zeit und verringert die heilung aha ach so das ist jetzt ausruhen da kann man nicht reißen ach so dort kann man ausruhen ist das jetzt jetzt haben wir wieder unser herzen gefüllt und dann kann man aber verwende das ist so ein kleiner reisestein mini praktisch ein ableger mini ableger oder so ähnliches gut da geht es auch nicht weiter aha wo sind wir jetzt betritt jetzt schrottstadt ist das gut schrottstadt schandstadt dieser gestand daran wird sich das tier wohl gemühen wer ist da ja 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 auch nichts nichts nur ein medium sei still stimmen Millionen von ihnen alle verbunden alle sehen alle sprechen und unterbrechen bis sie als eine Stimme reden und ich kann nicht Ich kann nicht. Hilfe. Hilfe. Jenseits von Hilfe. Die ganze Welt fährt in die Hölle. Der Zerstörer. Er sieht dich. Er weiß, was du vorhast. Alle wissen es. Vergessen. Ja, alles vergessen. Nichts vergessen. Die Eiche ist total. Die Eiche ist total. Die Eiche beobachtet, ja? Sie beobachtet immer. Tausend Augen und Münder. Flüstern wakend. Starr, starr, starr. Nein, nichts gefunden. Nichts gesehen. Höre nichts. Geflüster, geflüster, geflüster. Du musst gehen. Wenn du willst, lass mich. Hör auf zu fragen. Nein. Nein, nein, nein. Verdammt, nein. Ich habe bloß noch höflich vor. Ich habe eine Quest abgeschrieben. Maske der Fäulnis. Du Scheiße, ja? Eigenschaftspunkt. Drücke, ja. Mach ich. Maske der Fäulnis. Rüstung, Maske der Fäulnis. Oha. Also hier haben wir Blutung, Feuer, Fäulnis. Strahlung, nämlich so, dass das ist. STR. Ätzend und elektrisch. Haben wir minus 4. Au. Das muss man im Auge behalten. Scheiße, ich habe vielleicht doch einen Fehler gemacht mit dem Blünder. Und was haben wir hier? Auf Fäulnis plus 36, alles andere ist im Minus. Das Gewicht ist halt leichter. Ah, was? Regeneriert langsam Gesundheit über Zeit. 0,15. Die Eiche sieht zu. Die Eiche flüstert. Die Eiche vermacht. Probieren wir alle mal, ne? Brauchen wir Fäulnis jetzt? Das sieht nicht schön aus. Warte mal, ne? Pisa-Tablete, ja. Wir haben höflich vor. Unbenannte. Lade noch. Das Nachlade geht aber auch gefix her. Was für ein schönes Bild. Genau richtig für einen Kunstbanausen wie mich. Wir hätten dann was anderes vorgekommen. Aber das weiß ich halt nicht. Gleich auch fange zu schießen, der Typ. Ich finde das blöd von dem Altmetall. Ach so, halt. Wir haben ja noch, wir haben ja einen Punkt gekriegt, oder ne? Eigenschaftspunkte verfügbar. Wir haben Eigenschaftsrang 3. Wir haben 160 Punkte, 800 brauchen wir. Jetzt können wir Vitalität. Das wäre dann Gesundheit. Oder Ausdauer plus 2,5. Oder Nahkampfschadensbonus plus 10. Ich nehme mal Konditionen. Da haben wir dann... Da sehen wir ja nicht so gut aus. Aha, aber die Maske regeneriert schon Gesundheit. Das ist ganz winzig. Also im Kampf nützt das gar nichts. Das ist nur so, wenn die zu denen... Hey, vantaliere ich wieder. Hä, namenlose. Das ist nichts. Das haben wir ja gewusst, abgeschlossen. Ich habe gar keine Augenhörungen bekommen. Checkpoint. So. Aha, warte mal. Da können wir nicht neu. Scheiße. Da liegt aber ein Homma drin. Mistkram. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich möchte jetzt nicht unbedingt über den Checkpoint gehen. Aber über die Leiter. Fliegende Panzer wurden mit dem gehärten Eisen gebaut. Also wir sind immer noch bei der U-Bahn finde. Das war jetzt praktisch... Das ist verschuldet, ja. Oha. Da ist einer. Sekundär-Munition. Die scheine doch irgendwie... ...so wahllos durch die Gegend zu streunen. Diese Saatkrieger. Nee, oder? Ach, damit hätte ich rechnen müssen. Also wir haben den Checkpoint aufgesucht. Und schon haben wir alle wieder da... Auch den... Auch den... Ich sag, nennen wir mal halt einen Mini-Boss. Ach du Scheiße. Der bloß, dass er jetzt... ...nett da ist. Sondern der Iwe war... Da war doch einer hinten mal. Die Baby-Schüsse. Oh, da ist noch mehr, ne? Wow! Ich hab wohl Scheiße beim Rollen. Das geht nicht. Aber ich sammle Konse. Das war übel. Ja, ja, das stimmt, Mädchen. Wir haben ja die Stimme verpasst. Wie komme ich denn da drauf, dass du nicht reden kannst? Du redest nur nicht mit jedem, kann das sein? Das ist deine Eigenart. Die Namenlose... ...redet nicht mit jedem. Nur wenn sie allein ist. Das war übel. Genau. So, Achtung. Wenn jetzt keiner durch ist, du mal den... Es gibt nicht von jedem etwas. Oha. Ich glaube, wir sollten uns die Munition für den Großen... ...dreißen. Also das müssen wir uns merken, dass wir doch nicht einfach so wahllos rasten. Nur... Aber irgendwann müssen wir ja mal rasten, oder ne? Was ist das? Verband. Aha. Was macht der, der Verband? Er verbindet. Er verbindet uns. Was traurig. Schlucht, oder was? Böböb. Wart langsam nicht, dass wir da überraschen. Ach, du Scheiße. Weg, 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 weg. Sind mehrere? Drei? Jetzt... Lassen wir ja kommen. Das sind nur vier, oder? Sind das? Lassen wir ja kommen, lassen wir ja kommen. Langsam. Lade, ne, lade, lade. Hm. Ja, das ist das, nachlade und schießen, geht mal. Die lässt dich doch auch nicht aus der Ruhe bringen. Das war übel. Ja, du bist gut, Mädchen. Bist gut. Also die läden hoch. Da kann kommen, wer will. Hört sie nicht auf. Ah, 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 ah. Immer aufs Lut achte. Hat das Eis ist am Offen relativ wichtig. Wow. Noch mal nachladen. Endschuss war neben dran. Oh, jetzt wird eng. Oh, die Anna. Da haben wir ja bisschen was. Und jetzt gehen wir wieder in den Nahkampfmodus. Jetzt bin ich natürlich bei dem Anna da hinten. Weiß ich jetzt gar nicht. Ach, du ungehobelte. Du Bastard. So springen können wir nicht. Wir können nur Rollen. Aber, sauber Rollen. Ah, da ist auch nochmal eine Parkuhr. Scheint aber nichts mehr mit abgelaufen zu sein. Das sieht auch ziemlich zu Ende aus, ja. Dann gehen wir mal nur noch unten. Illuminidkristall, bevor die Saat einfiel, waren Gäder. Aha, noch ein Checkpoint. Das bräuchten wir jetzt aber nicht aktivieren. Oder? Sieht aber jetzt genauso aus wie das Anna, oder? Lust, dass du jetzt... Betritt jetzt die Unterführung. Haben wir jetzt die Quest abschlagen, oder? Keine Ahnung. Was ist denn das jetzt? Da kommen noch mehr. Noch Leute, da können noch mehr kommen. Wo, wie schnell die Munition. Ach, da kommt noch einer. Scheiße, ja. Was? Das ist der Chef. Ich könnte mich kaputt lagen. Da ist Gift. Langsam, langsam, langsam. Da möchte ich Gift wohlge... ...nachladen. Was ist denn da mit... Was sind denn das Pilz, ne? Oh. Komm, das soll, dass wir hier... ...nix versuch... ...nix verloren haben, ne? Wie komme ich denn da hoch? Wow! Wow! Ach, du Scheiße! Hau ab! Ach, du Scheiße! Nein, 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 langsam. Oh, der Knarre, ja. Der Kartoffelsack. Das war schon sehr! Sind da nicht der Rival, wenn das soll? Doch, ja! Weg. Weg, 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 weg. Nehmt das Ding, linke Bounce. Ach du Scheiße, wurde der die Knarre, ja? Der ist auch voll gepompt, da müssen wir was Schweres nehmen. Scheiße, Mist. Was ist denn das? Aha, der hat so ein Kristall dabei gehabt. Wow, wow, wow. Das sieht natürlich böse aus, ja. Überraschung war das. Ah ja, wenn das aber so, das so unendliche Welle sind, dann wäre das nicht so besonders. Das ist so richtige Gummipel, oder was ist das, so Lederpel, oder was ist das, so Lederpel, oder was ist das, so Lederpel? Man kommt drauf schießen, aber bringt mich. Wow. Das sind noch mehr. Alte Shooter-Weisheit. Nachladen, nicht vergessen. Wow, weg. Wer will, wer will? Wer hat noch nicht? Hallo? Oh. Langsam, langsam, langsam. Scheiße, wer war denn das jetzt? Ach du. Das war jetzt aber heftig. So, jetzt sind wir da hunde. Haben wir schon ein bisschen was entdeckt. Jetzt mache ich aber folgendes. Weil die Welle sind jetzt wieder alle da, alle. Ich gehe nochmal zurück zu dem Bus. Ich mache erstmal einen Cut, oder? Ich finde, ich werde jetzt wieder zu lang. Winke mal, na, herauf. Los ist, einfach.